Guten Tag und herzlich Willkommen zurück bei Wellplay und auf Bandistar TV, oder? TV? Weiß ich gar nicht. Nee, nur Bandistar. Ja, und wieder heute bei Hexed. Ich mach mal kurz den Regen wieder aus. Alter. So. Ähm, wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Okay, lass hochgehen. Ja, wir waren gerade in einem Dungeon. Alter, das ist ja voll gecreate. Ja, weil ich halt ein geiles Tier bin. Okay, das war ich gar nicht anscheinend. Das war der Jonas, glaub ich. Äh, hast du, Alter. Hast du, ähm, eine Spitzhacke dabei? Oh shit. Äh, Sigi. Ja, dann bau die Sachen ab. Ja, ich bin runtergefallen. Moment. Alter, die ganzen Zocken war, Junge. Ich bin runtergefallen, was soll ich mir machen? Oh fuck. Böni, ich kann nicht erfolgen. Also wir machen jetzt größtenteils heute erstmal nur, ähm, also ich zumindest, eine Mining und eine Baustession. Oh, ist einfach. Alles klar. Ja, ich auch, nach dem Dungeon. Böni, du teilt, du teilt. Da war nur, da war nichts drin, nur Bücherregale, zwei Stück. Ja, immerhin. Ist doch voll geil. König ich jetzt auch sagen, Böni. Ja, meine Aufnahme ist aber, das ist zu sehen. Ich muss schon einmal. Ey, jetzt lootet der. Jetzt lootet der. Ich bin runtergefallen. Oh nein Gott, der Boss ist wegen dir jetzt hier, weil du gelooget hast. Na, aber doch kein Bullshit. Noll, okay, doch. Scheiße. Alles klar, fick ihn. Noll. Alter, mein. Boah. Wir müssen hoch wegen dir jetzt. Wir müssen jetzt sterben wegen dir. Mein Gott. Pack, hier ist ja gar kein Ding ins. Machst du was mit dir? So. Wenn du draufgehst. Okay. Mach mal mein Keller mal. Warum, warum ist das? Nein. Ich bin unten. Ich bin unten drin. Ihr habt nur die Stäbe. Ach ja, stimmt. Ach, ich bin draußen. Habt ihr nochmal alleine gespielt, oder? Ja, ja, genau. Ja, noch ein bisschen mit Jonas. Bei Jonas, wir haben wir dazu vermisst. Alter, mit 20 FPS. Ach komm, die truhe ich mir jetzt auch noch. Weiß gar nichts, so ne? Okay, ich hab keine Ahnung mehr, wo mein Haus war. Leute, die Truhe hatte ich schon bei den ganzen Skeletten. Ich hol mir doch das Schiff, kleine Schiff da. Ich will mich schon abhauen. Jonas, kannst du mit mir nach Hause? Ich hab keine Ahnung, wo das war. Ja, kann ich machen. Du hast noch einen Waypoint, oder nicht? Das wissen du. Du hast doch die Karte einfach mal nach Süden, Junge. Ja, du siehst doch, wo irgendwas gebaut ist. Nein, bei mir ist nichts gebaut. Ja, Max, bist du inkompetent dafür. Ja. Max, wo bist du denn? Hier, ich bin bei dem Turm. Diesem neuen, an der Küste, dem Turm. Ja, ja. So, du musst einfach nur da, wo es leuchtet. Da. Da musst du... Wo leuchtet es denn? Da, wo ich hinkuck. Leuchtet es nicht bei mir. Boah, ey. Ach, da. Jetzt seh. Ja, sorry, dass mein Ding jetzt nicht richtig lädt. Na, ja. Ist klar. Bin, wo bist du denn jetzt? Ich möchte auch noch nicht sagen. Ich schließe gerade raus. Ah, okay. Ja, ich bin hinter mir. Alter, bei mir lebt hier gar nichts. Oh. Bin vorhin ausgeflogen. Was machst du da? Wohin? Hä? Ist mein Haus nicht hier? Bist du behindert? Ja, ich sehe halt hier nichts. Weil das nicht noch alles an mich geladen hat. Max, ey, dein Haus ist da unten. Oh. Pff. Oh man, Max, ey. Ja, was willst du denn machen? Boah, guck mal, sieht ja voll geil aus mein Haus. Voll geil. Voll geil. Hast du nicht mehr einen Berg gebaut? Doch. Es ist, ja, es ist auch ein Berg, also es ist kein Haus. Du-dum-du-dum. Ich muss mir ja auch Benjamin's Haus angucken, dass ich mal eins beziehen werde. Das ist nicht so interessant. Bödi, wir teilen jetzt so die Sachen, ne? Okay. Okay. So, ich stehe hier unten. Auf deiner, auf deinem Deck ist vom Boss, äh, ne Boss-Spinne. Hä? Hä? Ach so bei mir. Ja, ich hab der mal schon gebraucht. Was hat ihr gedroppt? Ne, nur zwei. Sehr schön, jetzt so. Bödi, was hast du jetzt für mich? Doch, etwas gedroppt, ne? Ja, manche, der G-S-P-P-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T. Tja, also muss ich so sehen, ist ja mein Grundstückchen, ne? Also... Anrecht. Juni? Ja? Was? Wo sind meine Sachen? Weiß ich doch nicht. Max, du nennst keine Sachen. Sieh da hin. Boah, dann hol ich mir die jetzt halt. Boah, da kommt das schon wieder an, ey. Was macht man mit einem Quantum-Dust? Moment. Dann kannst du so einen Quantum-Block bauen. Da, sind Cloud-Suits. Was bringen wir denn was? Ich glaube, damit kannst du dich teleportieren. Habe ich mir noch gesehen, du hast mir die nicht gegeben. Doch, Jonas, ich habe... Ich möchte so eine Quantum-Brille haben. Jonas hat die genommen. Wer denn? Gib mir die zurück. Ja, Moment. Was wollt ihr? Aber jetzt gib mir die anderen Sachen, die wir gerade erfarmt haben. Gib mir von was. Gib mir. Mir. Ich habe nichts bekommen. Nichts. Ja, ich habe auch nicht, weil das alles explodiert ist. Aber kein Bullshit, du hast es noch geholt. Du hast gelootet, dann ist alles explodiert, weil du so gierig warst. Ach, das ist dann lieber. Du bist loot-Girl. Ja, das stimmt. Lass meine Chiss, Alter. Geh mal früh meine Chiss weg. Ich habe nichts rausgenommen. Tschüss, Vinny. Ey, wir haben eigentlich gesagt, stillen ist nicht erlaubt, ne? Denk dran. Ist doch nicht gestohlen. Ich habe nichts genommen. Boah, willst du nachgucken, Vinny? Ja. Ja, wie soll ich das machen? Outer, ich habe 1,20 Level, hör auf. Hey, cool, ich habe eine... Ich kann ein Foto machen, die jetzt mein WhatsApp. Ich kann ein Foto machen, die jetzt mein WhatsApp schickt. Ich kliere einfach dein Inventory. Nein, hör auf. Ich schick ein Foto von meinem Inventar und schick das schon. Ist schon okay, ist schon okay. Ja, okay. Du hast meine Muskelpatch kaputt gemacht, was soll das? Wegen zwei Schlägen, oder was? Die war ja schon kaputt, wahrscheinlich, oder so. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem war Billy das. Max, du kriegst irgendwann so eine richtige Quittung dafür, ne? Ja, okay. Ich kriege eine Quittung dafür, dass du mich die ganze Zeit am Nerven bist, oder was? Ja, du wolltest von mir Sachen klauen. Ja. Freut du also. Ich habe noch so einen geilen Thumbstone. Tja, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt ein bisschen auf CD anfangen. Stimmt, ich muss auch mal in den Nether. Wo kriege ich denn jetzt, ob sie die anheben? Ich brauche es mal Diamanten. Ja, und du hast die Schuld, wenn du 20 Stück, ne? Ja, war ich vielleicht noch gar nicht so tief. Ah, nee. Find ich mir ja überall, ne? Wie viel brauchst du denn? Ähm. 5 kann ich die 3 eigentlich. Eigentlich nur für eine Biggest. Ja, komm dann. Ich bin mir aber bitte wieder empfangen, ja. Ja, ich frage mich eh, wo meine ganzen Sinn, weil... irgendwie aus dem letzten Turm damals war ich, wie viel mehr welche. Keine Ahnung, wo ich kann ja welche gehen. Was hast du denn? Ich gehe in deine Höhle rein. Ja, okay. Wo bist du? Ich bin bei dir im Haus. Komm mal hoch. Merci. Das Lustige ist, wenn man bei Jonas nach links geht, sind sofort Diamanten, da wo der nicht reingegangen ist. Echt jetzt? Ja. Ey, gemein. Ich lasse hier die dir mal, weil ich brauche die nicht. Ja, aber erstmal die Schulden beim Eintreiben, ne? Ja, das ist das. Das ist was anderes. Ja, genau. Stirb, Skletz, stirb! Ich weiß, wenn du dafür so gesagt hast, dass ich ein Creeper hochgeht. Mein schönes Land. Natürlich ärgerlich. Schön, ich was du aus, ne? Was denn? Mit dem! Mit dem! Ja, hast du eh. Ja, hast du eh. Ja, schon wieder so hässlich lachst du, ganz ehrlich. Nein, und was, das war echt nicht fast so weiter. Ja, okay. Prozent Kaltrückte an der die gerade drei Diasse ja ich hab dir schon Prozent aber mir liegen über Grabstein auf ein Grundschuldet sich traurig ich habe schon fast eine Friedhofsstimmung was sagt uns das das sind schon gut aber man steht auch wenn er will wenn ich darauf und manche schon was drauf ne stimmt nicht er selber hingeschrieben damit das nicht so gut er schreibt die wirkliche mal um das er siehst du und cool ist ja aber ich ich hätte nicht da was anderes zu ändern ich hatte nicht einen anderen Namen als er vorstellt also eine ganze Höhle ist voller Diamanten Jonas wenn du da 20 aufgebaut hast dann nee du kannst sie selber bauen Kassel gar keine Diamantenhappen ich habe leider kein Wasserimer mitgenommen Boah, das ist mit dem Nuss natürlich dumm wenn man hat sie ich möchte mal erwähnen dass irgendeiner von euch gerade unter meiner Höhle unter meinem Haus ist das bin ich aber das ist die Höhle von Jonas mit mein Grenzgebiet und so nicht überstreichen weil die wir schon ganz nahmen KS aber selber Jonas das nicht von uns so das ist ja was anderes das ist ein Mauer als unter der Erde oder über der Erde er ist doch wahr ja klar alles 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 in dem Haus weggegraben ja so, zählt doch nicht ja so so zählt doch nicht Untertitelung des ZDF, 2020